so sehr schön dann jetzt das andere sieg wird da der andere sieg wird rauben da besuchen weil irgendwie gibt es ja auch noch muss ich überlegen ich habe so viele die verschacht sind ist halt hexen das alles verschachtelt genau guck mal vielleicht hier rein perfekt So, das war jetzt das Ding, wo hinten, ja genau, da hinten jemand. Perfekt, du meistert. Okay. One shot of the puzzle. Erstens, welches passt jetzt von den vielen? Oh fuck. Und zweitens, wo sind denn die anderen drei? Zwei. Zwei. Drittel. Ne, was gibt's nämlich auch noch weitere? Und zwar gibt's... Ja, also gut jetzt. Schnauze. Ähm... Schnauze. Müssen wir überlegen, wo war ich jetzt überhaupt gerade mal? Äh... Genau, doch das war bei diesem Stahl-Dings bei uns da da. Stahl, Stahl, Stahl. Müsste hier gewesen sein? Genau, dachte ich. Und dann gibt's hier aber auch noch weitere. Stahl, Quine und der Kerl. Achso, das war jetzt wahrscheinlich der Eingang zum Secret Level. So, und was ich irgendwie wollte, war hier unten, war nämlich jetzt genau diese Räume hier. Tadaaa. Die konnten wir nämlich auch noch freischalten. Haben wir ja jetzt noch freigeschaltet. Äh... Und genau. Da weiß ich jetzt aber nicht, was die für Sequels geöffnet haben. Oder ob das selber die Sequels waren. Und weil da nichts geöffnet haben. Wir gehen auf jeden Fall nochmal auf die andere Seite. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. So, hier mal aufräumen. Und dann gehen wir mal wieder raus. Und dann gehen wir mal wieder raus. So, genau. Da waren nämlich jetzt die Sequels Level und da wollen wir aber nicht hin. Genau. Ja. Ne, das machen wir mal nicht. Das lohnt sich wie gesagt einfach nicht. Äh... Und mehr war jetzt hier eigentlich nicht mehr. Das sollte das eigentlich alles gewesen sein. Können wir jetzt direkt schön ins Ziel reinlaufen. Ähm. Was ist das? WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH